Wie sehr achtest du eigentlich auf deine Lungengesundheit? Eine 100% funktionstüchtige Lunge ist unglaublich wichtig für ein langes, zufriedenes und gesundes Leben. Schädliche Umweltstoffe, Zigaretten und eine ungesunde Ernährung sowie viele weitere Faktoren können dazu beitragen, dass unsere Lungengesundheit gefährdet wird. Unabhängig davon, wie gesund deine Lunge ist, mit den richtigen Änderungen in deiner Ernährung kannst du deine Lungengesundheit zusätzlich verbessern und so automatisch deine Lebensqualität massiv erhöhen. Wie das geht? Das erfährst du heute hier bei uns. Bevor es losgeht, gib dem Video am besten direkt einen Daumen hoch, denn so kannst du uns dabei unterstützen, zukünftig noch viele weitere Videos hochladen zu können. 1. Apfel Jeder kennt das Zitat, A nappe a day keeps the doctor away. Tja, das stimmt tatsächlich und ist insbesondere auf deine Lungengesundheit zutreffend, denn Äpfel stärken deine Lunge und tragen so dazu bei, dass du dich immer fit und wohl fühlst. Bereits mit 5 Äpfeln pro Woche kannst du dein Risiko für diverse Lungenkrankheiten erheblich senken. 2. Kurkuma Kurkuma wird bereits seit der Antike für die Vorbeugung und Behandlung zahlreicher Krankheiten verwendet. Es ist in der Tat das gesündeste Gewürz für deine Lunge. Das liegt unter anderem auch an den antiseptischen und entzündungshemmenden Eigenschaften von Kurkuma. Zudem kannst du deine Lunge mit Kurkuma auch hervorragend vor diversen Schadstoffen säubern. Eine tolle Sache! Kennst du weitere gesundheitliche Vorteile von Kurkuma? Lass es uns in den Kommentaren wissen. 3. Kürbis Kürbis enthält eine Menge an gesunden Carotinoiden sowie Vitamin C und stellt somit eines der lungenfreundlichsten Nahrungsmittel überhaupt dar. Dass diese beiden Wirkstoffe unglaublich gesund für die Lunge sind, ist übrigens auch wissenschaftlich bewiesen. Die tolle Wirkung von Kürbis auf deine Gesundheit wird zudem auch durch die reichhaltigen, darin enthaltenen Antioxidantien intensiviert. 4. Ananas Ananas ist reich an Vitamin C, das die Lungengesundheit hervorragend unterstützen kann und enthält auch das Enzym Promelain, das Toxine aus der Lunge entfernt. 5. Ananas kannst du übrigens einfach so roh essen oder auch einen Smoothie daraus machen. Die tollen Effekte auf deine Lungengesundheit hast du mit allen Zubereitungsmethoden. 5. Joghurt Joghurt ist zusätzlich zum tollen Effekt auf die Verdauung auch unglaublich gut für die Lunge, denn es enthält hohe Mengen an Calcium, Kalium und Selen. Drei Nährstoffe, die Lungenkrankheiten vorbeugen und so deine Gesundheit fördern können. Welche weiteren Gesundheitstipps hast du noch so für unsere wellnessbewusste Community? Antworte uns in den Kommentaren, lass uns ein Abo da und aktiviere die goldene Glocke, denn so bekommst du in Zukunft auch garantiert bei allen unseren neuen Videos eine Benachrichtigung. Besuche am besten auch sofort unseren neuen Kanal MindRidge, denn dort laden wir wöchentlich eine große Auswahl an interessanten und informativen Videos zu aktuellen Themen hoch. Das war's für heute bei Schrittanleitungen. Wir hoffen natürlich, das Video hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und noch einen großartigen Tag!